ein herzliches willkommen leute ihr seht Dexto 23 nackig so wie er immer ist der gruselgnom ist wieder da und ihr seht auch dass es eine neue map ist und damit läuten wir eine neue season ein season 2 arc und diesmal auf einer anderen map das ist das center und wir machen direkt bevor wir jetzt das ganze gequatscht ihr von von mir hören müsst ich habe jetzt einfach irgendwo geklickt ich habe gar nicht gesehen wo aber es ist egal ich starte jetzt einfach hier muss gerade ganz ehrlich sagen ich habe jetzt keine ahnung wo ich das karting geklickt habe das machen wir jetzt aber zusammen so noch mal links und rechts gucken und da bin ich okay okay wenn ihr mein video zur map schon mal gesehen habt ich habe eine kleine map vorstellung gemacht vom center da waren wir schon mal gewesen mit dem pflug saurier wir sind auch hier durch diesen das ist ja toll dann sind wir ja gar nicht so weit weg was haben wir hier was ist denn das ach ja übrigens diese map hier ob es nicht diese map sondern dieser server das ist nicht mein server ich spiele hier als gast auf einem server ich werde euch auch später mal die daten dazugeben zum server dann könnt ihr mit dazu joinen und mit mir zusammen spielen ich hatte mir ja einige leute mal gefragt ob ob ich nicht mal ein abonnenten special oder ein abonnenten spiel machen mit den leuten und das werden wir dann so gesehen hier mit zusammen machen mit diesem spiel hier oder besser mit diesem mit dieser map auf diesem server und ja was kann ich noch zu dieser hoch bin schon level ab genau was kann ich hier noch zu diesem zu dem server sagen diese server hat andere einstellung auf als auf meinem server das bedeutet ihr habt schon gesehen ich habe noch nichts gemacht und bin schon level ab die map einstellungen server einstellen werde ich euch noch posten vorneweg es ist am mal fünf für xp ich glaube die zählzeit geht auch schnell lassen so ein paar sachen die müssen schneller gehen und wir müssen jetzt erst mal ein bisschen schneller auch hier mit sein so laufen es direkt zum nächsten ich will jetzt erst mal eine fackel haben es wird mich gleich dunkel seht ihr und legen jetzt erstmal hier sagt ich glaube auch das farmen ist höher gestellt soweit ich das so sehe ich glaube schon ich glaube schon also ich mache jetzt erstmal hier auf auf stamina 1 ich mache jetzt noch keine anagram points gebe ich noch nicht aus ich bin noch alleine vielleicht ob es denkt man nicht vielleicht es wird ganz sicher noch der eine oder andere von meinen jungs auf dem vom anderen server der grave vielleicht die wix wachs noch dazu stoßen ja ihr seht ihr auch hier farm farm prozente sind auch höher gesetzt ich habe ja schon haufenweise von den flint stones bekommen also es geht hier natürlich in ratzfatz rasen schnell aber es macht auch gar nichts ich werde natürlich die season 1 nicht aufhören ihr braucht keine angst haben dass ich da schluss mache die wird weitergehen immer weiter da ist bin ich schon ziemlich weit und das wäre dann ein schande die einfach jetzt so links liegen lassen liegen zu lassen so ich kraft jetzt erstmal nochmal eine fackel dann das brauchen wir noch eine hatchet kraft mir auch noch dann haben wir erstmal schon die grundutensilien ich habe angst dass ich hier gefressen werde weil ich bin ja hier schon auf diesen server nicht auf dem server auf dieser karte schon mal gespawnt und bin echt die tor einer hier fliegt doch einer bin ich blind hört ihr das nicht ich würde irgendjemanden fliegen keine ahnung hier sind auch adler da muss ich echt aufpassen ich versuche jetzt irgendwie ich muss ganz ehrlich sagen ich verstehe gerade nicht was das hier ist es gibt übrigens auf diesem server noch andere einstellungen so das ist echt viel viel zu viel was mache ich denn mit dem ganzen zeugs also holz ist echt zu viel was mache ich denn damit dafür muss ich erst mal erst mal was erlernen oh je also ein headshot bude wäre ja gar nicht mal so schlecht und später wäre auch nicht schlecht okay sondern mal zurück so schwer um mich zu wehren ich glaube nicht brauchen wir nicht ich will mich nicht direkt auf die ersten crafting ding ans bummens machen so okay ich habe keine underground points mehr dann lassen wir es auch erst mal sein so und gehen direkt weiter ich will versuchen hier oben hin zu kommen ich habe keine ahnung wie wie was ich eben noch sagen wollte auf diesem server laufen andere mods es gibt treppen es gibt drachen es gibt andere sachen wo kanus und böse andere sachen andere tiere die mich bitte auch ignorieren wollen ok schön also gesehen ich bin ich bin echt glücklich hier auf dieser auf dieser auf diesem server zu spielen wir wollten auf unserem server nicht die mod installieren oder die map installiert wo ist das denn da braucht schon jemand da hat schon jemand gebaut dann brauche ich schon mal gar nicht bauen ich gucke gerade mal da ist ja jemand ziemlich böse oha 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 abgefahren sehr schön das ist ja schon mal ein spieler der hat hier schon mal einen drachen gezähmt ich habe echt gerade angst gehabt dass da dass ich jetzt gar nicht gefressen werde ich habe jetzt keine ahnung ob die freundlich sind oder nicht freundlich sind also die sind schon mal böse der sieht ja super geil aus so da wollen wir es gar nicht anklopfen bei diesem spieler sondern wir gehen jetzt direkt weiter zur nächsten stelle ich weiß nicht wohin ich habe gerade keine ahnung wo ich jetzt hin soll dann gehen wir jetzt erstmal hier den weg runter ich habe gleich angst dass ich jetzt gleich sterbe ich gucke nochmal auf die karte also gesehen es kann sein dass ich vielleicht mal für euch ein ein bisschen vorspule wenn es zu lange dauert irgendwie was zu finden ich gucke jetzt gerade mal ich müsste den osten in den osten es ist nur die frage wie dreht man sich denn hier in den osten wo ist denn hier die in den osten gut dann laufen wir jetzt einfach geradeaus mal zum flusslauf wenn ich den flusslauf hier irgendwo finde keine ahnung laufen jetzt erstmal stücke weiter runter echt angst das hohe gras hier das macht echt äh angst das macht angst auf hier gibt es irgendwo bestimmte raptoren die ich muss mir irgendwas schnell zähmen oder sowas aber erstmal irgendwie eine bude bauen und noch kraften und ich habe gerade gedacht das wäre ein raptor machen wir schnell 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 irgendwie wo laufe ich denn bitte hier hin ich laufe doch bestimmt in die ich laufe falsch glaube ich ich habe keine ahnung ich glaube jetzt einfach ich laufe jetzt erstmal geradeaus wir laufen jetzt erstmal ein bisschen geradeaus gucken ob ich jetzt vielleicht irgendwo eine bessere position finde meine fresse das wäre jetzt gerade mal echt schiefgegangen was gefällt mir hier gefällt mir hier gefällt mir hier gefällt das eigentlich alles hier wir haben nicht zu nahe von den anderen spielern sein das kann man hier noch gucken das ist doch irgendwie so ein ja ein beaver damm ist das klar ja habe ich ja auf der anderen über anderem server noch nicht gefunden nimmt das jetzt einfach mal mit und warum weil wir es können jetzt hier noch irgendwas anderes mit die sachen alles ist hier natürlich alles xxy eingestellt mit sehr vielen sachen die man hier so braucht die man bekommt nicht braucht der wie man eigentlich braucht und schnell bekommt so rum ok jetzt laufen wir mal weiter ich versuche irgendwie für euch noch schnell was finden zu finden dass ich hier noch in der ersten folge vielleicht irgendwo eine kleine behausung anlegen kann bevor es dunkel wird ich habe echt angst dass hier ein paar raptoren gleich kommen da bin ich echt gearscht ich glaube ich mal lieber die hatchets und hier legen wir wieder auf meine fünf das ist ja meine zahl für die fackel so ist die mir mal hier hoch wie es hier oben aussieht da habe ich es ja gerade echt glück gehabt ich bin beim letzten mal bei der der map umgehung bin ich ziemlich oft gestorben gestorben gucken wie das hier aussieht hier ist ja wieder sowas ist ja überall sowas ich würde gerne rüber aber irgendwie komme ich da jetzt nicht hin wie komme ich denn hier hin wo ich brauche natürlich auch eine position da ich natürlich lange art gespielt habe auf dem normalen server also auf dem normalen map muss man sich natürlich auch ein bisschen strategisch einsiedeln ich habe sehr viele bäume ich sehe aber keine steine hier unten gibt es ein bisschen stein da ist ein pterodon flugsaurier das wasser da gibt es liebe wasser ich will auch in der nähe vom wasser sein gucke ich mal hier um die eck ich bin jetzt erstmal reißaus die kleinen scheiße ich habe natürlich nicht mehr viel leben ich springe jetzt erstmal ins wasser in der hoffnung dass die nicht mitspringen es vergammelt mir natürlich hier mein futter hallo bieber ich will dir nichts tun aber der will mir was tun oh nein oh nein ich bin tot scheiße alles weg aber egal jetzt suchen wir uns erstmal eine andere stelle raus also wir sind jetzt hier gerade wo sind wir denn hier unten gespawnt wo war denn das wir haben ich habe gar nicht geklickt gehabt ich habe es einfach okay wir haben glaube ich nord 1 geklickt also aus versehen irgendwie wir gehen jetzt mal an die küste ist so man ich habe das ein bisschen angst dass das voll ist mit anderen spielern aber wir gehen jetzt einfach mal gucken oh gott am strand zu spawnen ist doch immer schöner so hier gibt es natürlich auch hier felsformationen die mir so schön gefallen so ich will natürlich nicht direkt hier am anfang wo ich jetzt hier auskommen kommen wir machen hier ist eine gute bude das ist doof ich möchte ganz ehrlich schon direkt mich dort ansiedeln wo ich auch hin möchte oder besser in die nähe wenigstens das ist ein pack der macht nix der ist gut drauf also noch einer ist es also da hinten so eine insel wäre auch cool dann werden wir ganz alleine dann lassen mich hier alle leute in ruhe und ich schließe mich dann ein wenn ich dann eine mega mauer drum ziehe aber das wollen wir doch nicht ich bin doch so gesellig ich will auch mit anderen leuten kommunizieren und spielen so schild grödie sind auch hier sehr cool wenn wir in der höhe finden würden dann würde ich die wirklich als als erste behausung nehmen aber ihr seht ich habe noch nicht ich mache jetzt erstmal wieder erstmal hier wieder ja level super so ich habe das durch jetzt nicht viel leben damit brauchen wir auch nicht ich brauche das alles nicht wie geht es nur auf herz wir haben das erlernt dass er dann erlernen wir es noch mal das und ein campfire wäre auch cool wie nur campfire das dach erstmal nicht wir machen erstmal so eine foundation und wenn drumherum ich habe natürlich ist auch noch keine tür erlernt aber wenn ich die breit genug bauern die türe oder das haus können die tiere nicht dadurch beißen oder besser die könnten also eine oviraptor treceratops skorpion der hat mich natürlich auch jetzt sofort gesehen kommt denn noch irgendwas anders an ich mich schmeckt gar nicht so gut der der dodo war viel viel leckerer hier ist natürlich eine superecke hier hat man ja echt alles das ist das da was war das was war das ach so ein ungefallener baum ich dachte das wäre so ein beaver oder sowas so ein beaver kommt der noch Spooky das natürlich hier auch der schwierigkeitsgrad ist auf der map natürlich teilweise leichter mit xp und teilweise höher der hat es natürlich nicht wie auf meinem alten server oder besser auf dem server wo wir die season 1 noch spielen hier gibt es dinosaurier des levels 120 und ja das ist dann ein bisschen Aua ne ihr wisst Aua und ist das ein T-rex nein das ist kein T-rex Mensch ich habe echt Angst hier hier ist auch schön ne hier könnte man hier zu machen lass mich vorbei bauen so kraften k-k-k-k-kraften wir haben gar kein Holz auch kein tätsch ich brauche Holz 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 sag mal schnell nochmal so zack auch nicht was brauchen wir denn hier ach ich brauche ja einen Stein ok dann heben wir mal einen Stein auf vier stück kriegt man direkt auf einmal so gehen weiter währenddessen der hier craftet so ok das ist echt eine coole Ecke hier die ist ja gar nicht so scheiße natürlich wenn ich jetzt hier zu baue habe ich hier eine ziemlich viele Schatten wir haben zwar einen guten Überblick über irgendwie alles was ist wenn ich hier oben kann man nicht hin gehen wir mal ganz kurz hier vorne hin hier ist auch irgendwo noch der Skorpion unterwegs ok ist die Ecke ist nicht schlecht also die ähm sagen wir mal so die überzeugt mich noch nicht so ganz ich laufe noch ein Stückchen weiter ähm ich so als Perfektionist ich bin kein Bauperfektionist aber ich möchte schon die richtige Stelle dafür haben wir gucken jetzt mal auf die Map wo wir gerade sind so wir sind wir sind oben an der Spitze mit den kleinen Inseln sehr schön das ist auch nicht weit vom von der Vulkanlandschaft entfernt was ist das? das ist hier so ein Spooky da muss ich echt aufpassen die Spooky sind natürlich jetzt hier Level xy ist auch schön hier ist so ein oh toll da hinten gibt's doch oh 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 nein gucken wir mal welches Level der hat Level 12 den machen wir mal platt oh wir machen dann auch nicht Platz Ihr seht Ihr seht, ich habe natürlich jetzt auch meine Probleme Weil ich natürlich auf dem anderen Server Hier voll der Ultra bin Und jetzt auf diesem Server mal gar nichts auf die Reihe bekomme Das macht aber nix Wir spawnen dann einfach nochmal wieder Und im scheiß Regen Wir haben ja noch nicht viel gehabt Das ist alles uninteressant gewesen Wir waren auf der anderen Seite hier vorne irgendwo Da hinten irgendwie irgendwo Jetzt gucken wir mal, was es hier so gibt Ja Leute, wir machen das jetzt folgendes Ich finde die Ecke hier eigentlich gar nicht so schlecht Der Regen ist jetzt natürlich ein bisschen scheiße Aber das macht nix Wir machen jetzt hier schnell eine Butzebude auf So, nehmen wir ein bisschen Steinchen mit Wo sind die Steinchen? Ja, schnell Gehen wir mal schnell den Strand Ein paar Steinchen auflesen Zum Glück ist der Server natürlich hier so richtig locker eingestellt Mit allem drum und dran Das wäre mir natürlich auf dem anderen Server niemals passiert Dass man jetzt hier so stirbt und dauernd Aber klar, als wir anfangs angefangen haben Bin ich natürlich auch sehr aufgestorben Also ist das vollkommen normal Aber Ist natürlich irgendwie auch frustrierend Wenn man es hier als erfahrener Spieler Sagen wir mal Auf die Fresse bekommt Aber okay So, die Ceratops ist da Ich muss echt wirklich aufpassen Auf jeden kleinsten Scheißer hier So Boah, wie viel haue ich denn hier raus? So Machen wir uns schnell Eine Hatchet Was machen wir denn jetzt? Movement Speed ist okay Health habe ich hochgestellt Ähm, nein Crafting Speed ist auch total dämlich Wir machen nochmal ein bisschen auf Health Okay Was haben wir jetzt hier? Okay, eine Kiste Okay Fehlen mir noch die Punkte Sechs Stück brauche ich Habe fünf Okay Dann sammeln gleich Sammeln wir noch ein bisschen Wir machen noch eine Türe Und ein Dach Geht nicht? Nein Dann machen wir erstmal eine Eine Türe Okay Craften wir direkt Unsere erste Foundation Machen wir so erst erstmal Die erste Butzebude Damit wir hier Wenigstens schon mal So ein bisschen was haben So Schnell ein bisschen Holz abprügeln gehen Und Tetch und Wood Nochmal für die Leute Die jetzt gerade Vielleicht das erste Mal Jetzt eingeschaltet haben Wir spielen auf einem Also ich spiele auf einem Anderen Server Das ist nicht mein Server Okay, ich bin überfüllt Ähm Das ist ein Öffentlicher Server Und ähm Ich werde euch dann auch noch Die Daten nennen Damit wir alle zusammen spielen können Hier auf dem Server sind Andere Einstellungen Als auf meinem normalen Server So Jetzt kann ich natürlich Mir jetzt nicht mehr laufen Schauen wir das Item mal hier Kann ich auch nicht Schauen wir mal alles So Kann ich jetzt laufen? Okay Setzen wir hier erstmal Die Foundation hier vorne hin Schön neben den Baum Ihr wisst es ja Vom anderen Server Ich bin ja total der Baum Fetischist Ich liebe Bäume Und das muss alles immer ganz schön gerade sein Und toll Und Na ja gerade eigentlich nicht Nein, nicht Gerade bei mir ist eigentlich Bei mir Eigentlich ist bei mir Nichts gerade Aber ist eigentlich immer schief und schnell alles gebaut Aber Ich mag es immer wenn es ein bisschen grün und üppiger aussieht So jetzt hebt das doch mal auf Bin ich natürlich wieder überfüllt Aber ich will das nicht verlieren Die Sachen Den Baum lasse ich natürlich stehen In der Hoffnung Dass mir den keiner über den Haufen läuft So Kleine Lecks auf dem Server Was brauche ich denn hier noch? Wo ist die Foundation? Hier Foundation Fiber Okay Ich habe natürlich jetzt wieder irgendwie alles zu viel dabei Flint brauchen wir jetzt erstmal nicht Eisen brauchen wir jetzt nicht Stein brauchen wir jetzt nicht Das ist alles weg Aber ich habe auch noch zu viel Holz Das schmeißen wir jetzt auch noch weg Aber ich könnte eigentlich Wovor ich das jetzt alles wegschmeiße Anagrams Points Okay Ich kann jetzt gerade wieder nichts kaufen Okay Dann müssen wir eben weiter Weiter craften Ein bisschen auf White Hochskillen So Gehen wir noch ein bisschen Fiber Farben Fiber 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 Damit wir hier auch ein bisschen Breiter Also die Foundation Ist natürlich jetzt natürlich Standard Foundation Die werden wir natürlich irgendwann wieder abreißen Aber vorerst Will ich mich hier einsiedeln In so dieser Ecke hier Und das ist eigentlich eine schöne Ecke Gefällt mir eigentlich ganz gut Man hat hier einen schönen Ausblick Eigentlich auf alles Das ist schön Und deswegen Wovor die Sachen jetzt verschwinden Wieder Wenn wir hier Zwei Stück craften Super Ich brauche noch einen Damit wir eine Vierer Plattform bauen können So Use item Zack Wo ist es Dingens Umens So Use item Ah hier kann man nicht mehr Okay schade Doch komm mal Wo stand nur dazwischen Alles klar Dann machen wir jetzt wieder Noch ein bisschen Fiber Farmen Vielleicht brauche ich hier Von den anderen Sachen Ich nehm die Einfach mal wieder auf Weil Ich bin da zwar Überladen Aber damit ich die Sachen nicht verliere Ich brauche immer noch Tetch brauche ich diesmal Okay Schmeißen wir sie wieder hin Sieht zwar immer dämlich aus Aufnehmen Aber ich brauche hier erstmal Ein bisschen Material Na komm Nehmen wir erstmal hier die Hacke Tetch Wir brauchen viel Tetch Okay wunderbar Wir haben Tetch Nehmen wir den Scheiß wieder auf Okay Ich denke das war's So Zack Wir sind natürlich nicht In irgendeiner Tribe Ich kenne natürlich die 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 Serverbesitzer Kenne ich Ich habe mich aber jetzt Nicht in die Tribe Einladen lassen Wir machen das erstmal Auf eigene Faust Und Gefahr So Ihr seht Man kriegt ja auch eine kleine Nachricht So Jetzt möchte ich einfach erstmal hier Wieder was loswerden Drop Item Drop Item So Okay Jetzt Machen wir noch schnell hier Die Butzebude zu Wir haben noch ein bisschen Hells hoch Nein das war richtig So Kann ich das Ding jetzt jetzt kaufen Ja Damit ich nämlich hier erstmal schnell Eine Kiste craften kann Nimmt alles wieder auf Und wieder Und wieder runter Was habe ich denn jetzt hier Tetch fehlt mir Okay Und wieder das gleiche Damit ich wieder laufen kann Drop Item Drop Item Drop Item Jeder Anfang ist schwer Okay Wir sind Tetch abprügeln gehen Ich glaube das reicht Oder Ich werde aber trotzdem nochmal hier einen abhauen So Zack Jetzt können wir die Kiste craften Und dann können wir hier mal unsere ersten Sachen hier reinlegen Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen Das ist ein Ähm Ein öffentlicher Server Das heißt so gesehen Unsere Sachen Werden natürlich auch geklaut Das heißt so gesehen Ich müsste da Gucken dass meine Sachen nicht Geld klaut werden So jetzt werden wir erstmal die Kiste hier die erste Kiste hier reinstellen Los Wo ist die Kiste So komm Giste steht So jetzt mache ich erstmal Einfach eiskalt Einfach alles rein Damit ich die Mist hier mal aufheben kann So Ich bin schon wieder voll Das ist einfach hier alles zu viel Was ich hier habe Was natürlich schade ist Schmeiße ich das nämlich schön nach vorne So So Und jetzt kann man das nämlich da hier auch schön reinlegen Die Sachen die wir hier brauchen Okay Jetzt brauchen wir aber wieder Ich weiß nicht ganz genau Mal gucken So Nehmen wir das mal raus Das raus Das raus Stein brauchen wir für diese Butzebude hier nicht So wir bauen jetzt hier von zwei Stück Das Dach haben wir auch noch nicht Und zwei Türen Bin ich natürlich wieder überladen Aber das macht gar nichts Wir machen jetzt erstmal Hier Die Butzebude zu So Hier muss ich noch was machen Okay Das machen wir aber auch noch So Ach nee Das war jetzt noch hinten So Zack Ich werde hier gerade so ein bisschen abgelenkt hier Aber Okay Perfekt So Jetzt haben wir schon das erste Butzebude Ding hier zu Das Tetschhäuslein Strohhütte Natürlich ist hier Jetzt müssen wir erstmal hier Ein Code drauf machen Und den nennen wir natürlich jetzt XY12345 Okay Wir haben jetzt ein Code drauf gesetzt Das machen wir jetzt auch auf die Türen hier So Unlock Blablabla Set PIN Code Okay Und das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch So Okay Wir haben jetzt ein PIN Code reingesetzt Damit uns hier die Leute Auf dem Server nicht unsere Sachen klauen Ich versuche jetzt das ein bisschen hier zu farmen Kann man das nicht mehr farmen Okay Alles klar Wir haben jetzt erstmal So gesehen die kleine Bude gemacht Damit wir hier von hier aus ein bisschen starten können Und nicht direkt gefressen werden Von irgendwelchen Dilos Da ist auch ein Adler Ähm Ich werde bestimmt jetzt gekillt Ja Und das wird ganz sicher passieren Weil ich jetzt kein Dach auf dem Kopf habe Dann muss ich mal ganz schnell wieder raus Und ein bisschen Tetsch und Holz fahren gehen Damit ich mir noch vielleicht ein Dach auf dem Kopf setzen kann So Schnell wieder rein Zumachen Nehmen wir noch die anderen Sachen auch noch raus So Damit wir viel, viel Material haben Hier werde ich nochmal bis auf das Stamina setzen Brauche ich erstmal nicht Ach das Dach habe ich ja noch gar nicht gelernt Das können wir nämlich jetzt machen Das erlernen wir jetzt noch schnell Und dann baue ich noch schnell ein Dach drauf Das werden wir gleich wieder abreißen Denke ich mal, weil es mir zu niedrig ist Aber wir machen das erstmal so wie es ist Werden das erstmal dann so zugleistern Damit uns nicht die Adler, die Argentavis Nachher hier als kleiner Leckerwürmchen wegfressen Ich kann ja schon bauen Ich kann ja schon bauen In der Hoffnung Erstmal Das ist ein schöner Bungalow-Flachdach Na Use item, komm Use item Ich kann mich nicht bewegen Deswegen muss ich mal ganz kurz hier die ganzen Sachen wieder weglegen Na, die Beeren Wenn wir so verschwinden Okay Die werde ich mir mal ganz kurz auf die Null legen Und mal ganz kurz alle essen Weil die werden wir so bestimmt gleich Wenn ich wieder online kommen werde Dann vergammeln Weil ich muss hier mal ganz kurz weg Deswegen haben wir jetzt das erstmal Die erste Bude gemaut Okay Leute Das war es Von der ersten Folge Season 2 mit Dextro 23 Auf der Map The Center Okay Leute Wir werden nachher weiter bauen Wir werden die Map Hier die kleine Umgebung ein bisschen erkunden Und dann werden wir mal gucken Was wir hier bauen können Damit wir ein bisschen sicher leben Und wir werden ganz sicher auch mal ein Dinosaurier dann zähmen Okay Leute Bis dahin Und viel Spaß Und ich werde euch noch bald sagen Auf welchem Server wir spielen Tschüss